Berber gegen Dritten. Berber kriege ich selten. Ich mag die eigentlich. Der Gegner heißt Pipeman. Höflich. Geht vor. Scouts werden wir wahrscheinlich spielen. Oder Man and Arms. Oder Fast Castle werden die. Na mal gucken. Da. Azul. Iiii. Le Toimar. Tablet. Auf jeden Fall hier leicht zu mauern. Wir haben Gold innerhalb der... Das war jetzt mal mal gucken. Sieht eigentlich nach einer guten Map aus. Das wäre natürlich noch mega, wenn die Rehe hier irgendwie innerhalb wären. Aber okay. Kann ich alles haben. Weil die Schweine sind dort. Keine! Ja. Wir sind hier. Sieht immer alles um. Ich will es nicht machen. Ne, ich will es nicht machen. Zitzen nach mir. Über gut. der kunden wir noch hier aber an sich sieht das nach einer easy wall aus hier 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 wirklich fast castle spielen fast meine er wird auf bogenschützen gehen kann er machen aber wir probieren es einfach wollen Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will den mal ein... ... hier dicht. Wir müssen den Gegner noch finden. Bisschen dumm, dass wir es noch nicht geschafft haben. Oh, wir spacken die doch mal. Die... ... da oben. Da ist der Gegner. Wir haben jetzt 8 auf Holz. Die nächsten auf Gold. Drei Stück. Und dann... ... geht's hoch. ... 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 Er ist auch stark am wallen, das ist natürlich super für uns. Hier ist Feudel. Ja, unser Lama-Camp ist ein bisschen dumm, weil hier so der Superintown-Center hinter Das können wir immer noch lösen, nein Okay. Noch ein bisschen mehr Food. Er ist auf jeden Fall schon auf Gold. Kommen wir hier noch mal rein. Doch nur abwarten. Also sehr unsaubere Fast-Gasen. Aber ist nicht so wild. Machen wir noch ein Dorfbunner. Das ist nämlich nur. Nee, machen wir nicht. Okay. Machen wir das Farm-Upgrade. Bloodlines. Also hier, er ist auf jeden Fall noch offen. Gut. Farm-Upgrade. Malt-Upgrade. 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 Perfekt. Malt-Bardare. Malt-Upgrade. są jakie treatmenty lawn. Malt-Upgrade. Malt-Court. Malt- dati. Malt-Dr oggi. Malt-Junk-Stack. Und dann bin ich sicher auch weiter. Machen wir mal wirklich 1.40 TC. Bloodlines. Dafür brauchen wir 250. Gut. Ja? Avanay. Das. Avanay. Das. Avanay. Das war mal. Avanay. Vier Watar, fünf Watar. Avanay. Avanay. Du hast Avanay. Machst du es doch. Wir lesen, kommen wir hier irgendwo ran. Vor den paar Bogenschützern haben wir jetzt nicht so die Angst, er sollte Angst vor den Rüttern haben. Jetzt haben wir nicht plus 2, aber... Upgrades, jawohl. ... 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 Zul, Nirk, Fakimma. Hier? Abonay. Zul. Zabonay. Let's wabon. Zul, Abonay. Hier? Abonay. Zul, Abonay. Zul, Abonay. 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 Azul? Azul Hier? Da Da bin ich Da bin ich Ich kann es nicht mehr Das ist ja Zuh, ich bin mal. Ich bin mal. Azul. Ich bin mal. Was ist das? Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Ah, voran! Abnei! Hier? Abnei! Nachwana? Abnei! 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 Ia shoes! Abnei! Abnei! Es ist hart zu machen. Das war's für heute. Was ist das? Das ist ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Das ist nicht so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020